Railjet Express 168 nach Zürich über Wörge Hauptbahnhof ins Grupphauptbahnhof und Feldkehr fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor C und N. Dieser Zug wird im Bahnhof ins Grupphauptbahnhof beteiligt. Der Zugteil Sektor CSE fährt als Railjet Express 185 nach Bollzahn rutschen. Wörge Hauptbahnhof ins Grupphauptbahnhof ins Grupphauptbahnhof und Feldkehr fährt an Plattform 3. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor C und N. Die Train wird in Sektor in Sektor Hauptbahnhof. The part of the training section C2E will continue as Railjet Express 185 will travel to Bollzahn, Bollzahn. K. Untertitelung des ZDF, 2020